Hallo liebe Zuschauer von Orts TV, Sie erinnern sich sicher, wir hatten das Blumenbild des Monats ausgelobt. Bei mir steht Rosemarie Kasper. Ja, wie gesagt, mein Name ist Rosemarie Kasper, ich bin Malerin hier in Barleben und habe eigentlich für jeden Monat schon ein kleines Blumenbild fertig. Wir hatten um Vorschläge gebeten und der erste Vorschlag für ein Blumenbild des Monats, der kommt aus der Kindertagesstätte Gut Arnstedt. Hallo, mein Name ist Nancy Altus, ich bin die Einrichtungsleitung der Kita Gut Arnstedt hier in Barleben. Ich habe beim Barleber Orts TV den Aufruf gesehen für das Blumenbild des Monats und ich finde das ganz spannend und ich hätte auch eine Idee. Und zwar würde ich gerne die Frau Roswita Kuhs nominieren, weil die hier sehr zuverlässig und jedes Mal zur Freude der Kinder gern in unsere Einrichtung kommt und den Kindern auch Märchen vorliest. Ja, dann wollen wir jetzt mal das Bild übergeben, ne? Und los! Unser liebes Mütterchen ist, zuvor legte der Wolf seine Fote aufs Fensterbrett. Als die Geißlein sahen, dass sie weiß waren, dachten sie, es wäre wirklich ihre Mutti und öffneten die Tür. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Denn immer, wenn die Märchenoma kommt, dann ist das für die Kinder eine große Freude, denn Roswita Kuhs weiß ganz genau, wie sie mit ihren kleinen Zuhörern umgehen muss. Jawohl! Genau, beim Wolf haben wir aufgehört. Und dieses Buch lieben die Kinder ganz besonders. Ich bin Frau Kuhs und ich lese seit fünf Jahren hier so Märchen vor. Das habe ich gehört und dafür wollte ich mich eigentlich bedanken. Oh, das ist ja lieb, das ist ganz lieb. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht. Wir machen immer das Blumenbild des Monats für jemanden, der sich bemüht, anderen etwas Gutes zu tun. Und das tun sie ja für die Kinder hier. Ich möchte das sehr gerne. Ja, und dieses habe ich gerne gemacht. Oh, da dürfen Sie sich das filmen. Darf ich mal die Kinder anzeigen? Guck, danke schön. So ein wunderschönes Bild. Dankeschön. Das ist immer für den Monat. Und wir haben Osterglocken und die sind ja jetzt am Ende. Oh, wunderschön. Das passt sehr schön in meine Wohnung rein. Ja, toll. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Das ist unser Dankeschön. Dankeschön. Das dürfen Sie hier reintun. Ja, liebe Zuschauer, das war das erste Blumenbild des Monats bei Orts-TV. Ja, und die anderen fürs ganze Jahr habe ich nun schon fertig. Also dann, wir erwarten Ihre Vorschläge. Bitte mailen Sie hier an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse oder rufen Sie mich einfach an 0170 282 8833. Das ist die Orts-TV-Hotline und machen Sie Ihre Vorschläge für das nächste Blumenbild des Monats.